Wenn in unserem Körper etwas nicht stimmt, ist das häufig mit Schmerz verbunden. Das ist nicht angenehm, lenkt unsere Aufmerksamkeit aber sofort auf das Problem. Damit hat der Schmerz eine wichtige Selbstschutzfunktion. Nicht umsonst wurde er im antiken Griechenland als bellender Wachhund der Gesundheit bezeichnet. Doch was die alten Griechen nicht wussten, Empfindung und Bewertung von Schmerz ist Sache des Gehirns. Der Körper verfügt über eigene Rezeptoren für Schmerz, die Nozizeptoren. Der Begriff leitet sich ab vom lateinischen Nocere, Schaden. Anders als ein diffuser Bauchschmerz wird ein Schnitt in den Finger schnellstmöglich über das Rückenmark zum Hirnstamm gemeldet. Weiter aktiviert werden unter anderem der Thalamus, der somatosensorische Cortex und der Gyrus Zinguli. Den Finger jedoch beim ersten Bellen des Wachhundes aus der Gefahrenzone zu bringen, ist ein Reflex des Rückenmarks.